Oh, ich bin ein bisschen schneller drauf, weil wir sehen, ob der Auge ins Rutschen kommt. Ja, klar, ich bin ganz heftig sogar, ich bin richtig rausgeflogen. Ja, was ist das für ein Auto? Richtig niederquerschnitt breit, gell? Ja, ja. Okay. Ein bisschen später Gas geben noch, langsam, mit Ruhe, ruhig noch. Und jetzt anfangen, jetzt Gas geben und dann gucken. Jawohl, es geht auch hinten raus, ne? Und nochmal probieren. Und wieder hinten, jawohl. Und das Fahrzeug abstellen. David, bis dann.